Folter in Russland wird härter bestraft. Hallo und Privetas Kaliningrad. In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Skandalen in russischen Strafvollzugseinrichtungen, wo Strafgefangene durch das Aufsichtspersonal misshandelt bzw. gefoltert wurden. Die an die Öffentlichkeit geratenen Informationen hatten Folgen. Es gab Entlassungen auf allen Führungsebenen. Nun gibt es gesetzliche Konsequenzen. In der russischen Staatsduma wird ein Gesetzentwurf behandelt, welcher eine Verschärfung der Bestrafung für Folter vorsieht. Zukünftig werden die Mitarbeiter des Strafvollzuges zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen, wenn sie mittels Druckausübung oder Folter von Insassen Handlungen einfordern. Zukünftig drohen bis zu zwölf Jahre Freiheitsentzug. Gleichzeitig wird Folter neu eingestuft, besonders schwere Straftat. Ebenso soll der Begriff Folter umfassender definiert werden. Unter Folter versteht man zukünftig Handlungen, um Kontrolle über die Persönlichkeit zu erlangen. Insbesondere die Vorfälle in den Strafvollzugseinrichtungen in Irkutsk, Wladimir und Saratov waren Anlass für die Gesetzesinitiative. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Pakaus. Kaliningrad. Sofüß. 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 Superst sneakers.